Herzlich Willkommen zu einem neuen Bazaar Video. Wir sind am Samstags Bazaar, hier bei uns in Alanya Mahmoudlasch. Sehr voll heute. Erdbeeren sind günstig. Die Aubergine sind 20. Ist auch in Ordnung. Da sind die Dinger, die ich an meinem Baum habe. 80 Kilo Blutmagan. Blumenkolle haben sie jetzt aber nicht gesehen, bis jetzt. Tomaten 35, 40, Zucchini 25, Gurken 20, grüne Abteilung 10, Zählen die Limon-Humonetten oder Limon, Zucchini 15, die Gurken hier 35, Tomaten, Wassermelonen. Zeit wieder 50, das Kilo 40, die Paprika 10, die Einwege, Gurken 25, die Gurzen, 10, die grüne Abteilung, sehr voll natürlich. 20, die Gräbfrut, 25 Avocado, 100, die Zuckermelonen, Kanadabführung, 80. Ja, Blumenkolle gibt es da. Okay, gut zu wissen. Gehen wir mal da lang, das ist nicht so voll. Praktisch nur, was der kostet. 50, das Stück. Das geht. Sind die Riesen. Sind ja riesig. Deswegen. Da kann man dann auch den Saft draus pressen natürlich. Kohl 20. Ja, weiterhin alles voller Kohl, alles gut. Und dann haben wir hier noch Musik, die müssen wir jetzt einmal überspielen. 25 die Kartoffeln. Bananen. 20 sind wieder ein bisschen gefallen im Preis. Die waren ja richtig teuer. Preis des Zitronen. 20. Das sind die Sitzung. 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 Das ist die Sitzung. 20. Was ist die Sitzung. Ich will Bescheid sagen, die Tasche ist auf. Das Grüne sieht lecker aus, die Melonen steht da. Oh, hier ist wieder 45, die Bananen. Erdbeeren sind günstig. Die kann man dann eigentlich mal mitnehmen und einkochen und dann so eine rote Brüssel machen. Das könnte ich mal machen. Ich habe echt Hunger drauf. Das mache ich immer. Passo, hier ist auch recht günstig. Die Bohnen könnte ich auch mal mitnehmen. Kann ich mir am Boden einen Topf machen. Das mache ich immer. Ich nehme mal welche mit. Aber ich gehe einmal rum erstmal. Erstmal das Video zu Ende mache. 40, 30. Genau, hier werde ich Erdbeeren mitnehmen. Und die werde ich dann eingucken und zur roten Brüssel verarbeiten. Und hier sind die Erdbeeren schon besser aus als bei mir. Ein bisschen größer. Jetzt wird es hier aber richtig voll. Ich gehe mal hier wieder zurück. Die Hähne muss man schwer wieder. Ich liebe es. Man sagt. Vielen Dank. Vielen Dank.